Klapp Hey, was machst du? Ich geh Du wolltest doch starten und einfach rein Ich sag dir begrüßen und dann reinspringen Aber egal Woah, 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 woah Keine gute Idee im F5 Modus entsprechend gehen Häls, was ist denn hier? Oh fuck. Ja, geil. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich vorhin eben auf alles ins ME-System getan habe? Du hast nix dabei. Ich habe weder meine mein Jetpack noch meine Rüstung. Ich bring dir sofort Blöcke. Ja, warte, hoch komme ich schon. Also ich habe ja mein Schwert, meine Tomek Disassembler, meinen Klopper, keine Ahnung, das habe ich ja alles. Warte mal ganz kurz, kannst du mich mit hochbauen? Nein. Weißt du, wie weit wieder ich weggespawned bin? Nein. Och nö. Was denn? Ich bin wieder am Arsch der Welt. Also, kann ich mich diesmal porten ohne Scheiß? Ich bin wieder im Dings. Ja. Das ist jetzt eine Ausnahme ohne Kack. Was ist das denn hier? Teleport. Hä? Stables? No Stools? Ja, ja. Das habe ich auch gesehen. To be fair. Milk and Mutton Inn. Wie hast du dich hier jetzt rausgebaut? What the fuck? Was? Ich bin... Hä? Woraus? Wieso denn rausgebaut? Ich dachte, du hast dich rausgebaut. Nein, ich bin einfach rübergesprungen und bin an der Seite hoch. Bracondium. Bracondium. Ender Lily Seeds. LOL. Was, LOL? W-T-R. Wir brauchen doch noch wohl einen Bogen. Ja. Du darfst dich wohl auch tippen. Weil wir töten ja nicht bei den Enderdrachen. Wir sterben einfach nur durch Enderman. Ja. Oh, du bist fast genau neben mir gestorben. Och, nö, oder? Rat's mal, wer wieder das Glück hatte und dessen Grabstein wieder am Arsch der Welt gipfelt ist. Zum Glück habe ich mir Endportal, Teleport. Juhu! Geronimo! Ich habe mir ganz kurz aus deinem Grab deinem Atomic Disassembler gesteilt, weil ich hier ganz kurz was abbauen muss. Aha. Weil ich komme sofort sonst nicht hier auf mein Grab hoch. Weil rate mal, wo mein Grab ist. Keine Ahnung. Oben. Guck mal hoch. Ah, geil. Boah, das ist doch zum Kotzen, ey. Bist du einmal oben, da kommen direkt sechs Skeletten und greifen nicht an, ey. Lol. Doppelgrab. Ja? Ja, du hast ein Doppelgrab. Ja, ja, weil ich noch Sachen drin hatte. Mein Gott, sind die Enderman laut. Mhm. Wo ist der Enderdrache? Ich habe keine Ahnung. Und wie kriegen wir diese Teile kaputt? Welche Teile? Die Crystal-Teile, ohne zu sterben. Ja, mit einem Bogen wäre vielleicht ganz sinnvoll, ne? Irgendwie sind wir doch total unüberlegt ins End gegangen. Mhm. So, die totalen Obernoobs. Ja. Es könnte vielleicht daran liegen, dass ich noch nie im End war. Ja, wirklich. Ich glaube nicht. Ich wüsste es nicht. Ja, wenn du es nicht weißt, wir sollen es uns wissen. Keine Ahnung. Ne, ich wüsste nicht, dass ich mal oben war. Nein! Rat mal, wer den Dings zerstört hat. Den was? Digital to Miner. Hast du den aufgestellt? Mhm. Oh, okay. Die Crystal zerstören geht aber eigentlich. Hä? Wie kannst du denn die Crystal zerstören? Ich sterbe dabei direkt. Nö. Irgendwie nicht. Ey, jetzt erzähl mir keinen. Wo ist denn ein Ende drauf? Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Hä? Warum kann ich den nicht mit meiner Macht anvisieren? Ach stimmt, in anderen Dimensionen funktioniert meine Macht nicht. Oh, okay. Da bist du. Ach, ich dachte, du machst den Crystal kaputt. Nein, wenn ich den kaputt mache, sterbe ich. Wie machst du den kaputt? Wenn wir Tomek wissen, jetzt bin ich kaputt. Okay, man sollte dabei nicht fliegen. Nice. Ui. Ich glaube, das wird eine XXL-Folga. Boah, ich habe so Angst, diesen Crystal zu zerstören. Ohne Kack. Ui. Okay, einen habe ich zerstört. Ich glaube, man sollte einfach nicht zu nah dran stehen. Ja, man sollte nicht zu nah dran stehen. Ja, ja. Boah, könnte ich knickfliegen, wäre ich jetzt schon tot wegen dem Ende der Sache. Warum konnte ich den jetzt nicht hitten? Hallo. Kann ich dir nicht sagen. Okay, einen Hit hat er. Ey, der bekommt keinen Schaden von mir. Was heißt Pfeil nochmal? Arrow. Ein Hit hat er. Zwei Hits. Nein, der kann sich da hinten heilen. Ich bin unterwegs. Drei Hits. Vier Hits. Ich hoffe, der sieht das nicht, weil das dann immer ganz weit weg ist von dem. Ach ja, gehen wir mal auf die Suche von meinem Grabstein. Ach, der wurde auf dem Boden gespawnt. Oh, cool. Das ist ja nett. weil es in meiner Sünden 80 Meter Höhe deiner so auf dem Boden ist. Alter. Kannst du mal bitte den letzten Teil da hinten entfernen? Der ist jetzt. Wo ist denn der? Guck mal, genau, in meine Richtung gegenüber. In die andere Richtung. Andere Richtung. Andere Richtung. Na, andere Richtung. Genau, jetzt andere Richtung. Genau, da. Ja, da ist er. Da, wo der Ende-Dach gerade hinfliegt. Alter, hör auf mich anzuhitten, du Arsch. Hä? Wo denn? Da hinten. Wo bist denn du? Du bist genau in die Richtung. Guck mal, wo ich jetzt hingucke. Genau da. Lol. Da. Ja. Ich versuche den ganzen Tag davon abzuholen. Nein. Oh, gut. Boah, das wird wirklich eine XXL-Folge, ey. Ist kaputt. Ist kaputt, sehr gut. Jetzt hau drauf. Ja, wenn ich ihn sehe. Ey, siehst du den? Der war genau über dir. Wo fliegt der denn jetzt? Hat der denn noch einen? Weiß ich nicht. Nee, hat der nicht gut. Gut. Ja, Baseball. Boah, ist das ermüdend, ey. Aber ich habe noch nie ohne Mods, also wirklich so langsam einen Enderdrachen getötet. Sonst hatte ich immer schon OP-Schwetter, OP-Rüstung. Oh, drei Hits. Das ist schon mal sehr gut. Zwei Hits. Was ist denn los mit deinem Jetpack? Nö, nix. Einfach nur Arsch langsam. Ja. Na komm. Noch zweimal habe ich ihn getroffen. Ah, fuck. Gut, dass wir die extra Herzen haben, ey. Wo fliegt der ganze Ding? Keine Ahnung, aber weg von uns, der blöde Sack. Ey, das gibt es doch nicht. Ich habe 15 Raconium übrigens. Ach, cool. Ich habe das Gefühl, dass ich Arsch langsam bin. Ich auch. Im Gegensatz zum Ende, daran fühle ich mich immer richtig Arscher. Aber wir fliegen ja relativ schnell. Oh, einmal getroffen. Womit schießt du denn bitte? Das ist ein Bogen gewesen. Oh, geil. Ich bin fast tot. Warum? Weiß ich nicht, ich frage mich was leichteres. Und jetzt hittet der mich auch noch an. Ey, ich habe ein halbes Herz. Ist was. Ja, habe ich gerade. Ich dachte nur nicht. Okay, ich habe den noch einmal getroffen. Ja, ich ragge jetzt erstmal eben. Ja, das ist die Zeit. Dying. Ja, ich weiß, dass ich am Dying bin. Ich kann es gerade nicht ändern. Oh, ey, das gibt es doch nicht. Aber warum ist ist er rot? Ist er auch rot bei dir oder ist er normal bei dir? Ne, bei mir ist er normal. Ich denke, das ist dein Texture Pack. Okay, weil rot heißt ja eigentlich, dass wir den schon wiederbelebt haben. Ach, Ja, wir können ihn wiederbeleben. Ja, in einem Technik Mod Pack, aber ich wusste nicht, dass der dann rot sein soll. Ne, wir haben Drakonic Evolution drin. Da können wir den wiederbeleben. Ja, ja. Boah, ich treffe den aber gerade ganz gut, ey. Wir brauchen definitiv bessere Waffen. Ja, ich dachte, der Atomic dieses Semmler macht so viel Schaden. Hast du den auf Fast gestellt? Ja. Das hat ja nichts mit dem Schaden zu tun, ne? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt mal auf Vane gestellt. Mit zugleich ein Hit. Das wäre echt lustig. Ich glaube, das hat aber nur was mit dem Abbauen zu tun. Hast du ihn getroffen? Ich glaube wohl. Wo fliegt der denn jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der ändert ständig seine Route, weil wir dem hinterher pflegen. Lass ihn auf einer Stelle stehen bringen. Okay, er hat dich anvisiert, er hat mich anvisiert. Ah, jetzt habe ich ihn nicht getroffen. Boah, das war knapp. Nein, jetzt hat er mich getroffen. Alter, Schwede, ist das ätzend, ey. du musst dich mal neben mir stellen und ich stelle mich auf den Turm. Weil dann, wie sieht er mich an, kommt dann auf mich zu und dann hast du richtig Zeit, den zu attackieren. Oder du machst das jetzt einmal? Ich stehe jetzt auf dem Turm. Ja, er kommt gleich. Ist er unterwegs? Wir haben welche Endermänner. Ich höre Enderman. Nö, aktuell noch nicht. Ja, wo ist er denn jetzt hin? Da, kommt er. Scheiße. Scheiße. Ich habe ihn einmal gehittet. Wir bleiben jetzt einfach bei dir stehen. Boah, ich höre jetzt auch die Endermänner. Da ist er. Der kreist uns gerade ein, als wäre er gerade so ein richtiges Reptil, ey. Oh, da hat das alles gemacht. Drei Hits. Ich habe mir viel zu essen mitgebracht, damit ich schnell regeneriere. Ja, ich habe noch drei Stück. Ich will hier irgendwie keinen Hunger. Scheiße. Warum ist er jetzt abgedriftet? Ja, weil wir glaube ich beide hoch sind. Zwei Hits. Hä? Was war das denn jetzt? Ne Enderman. Oh, sorry. Jetzt habe ich dich. Ein Hit? Ja. Aber auch nur, weil er mit dem Gesicht vor mir war. zwei Hits. Okay, das bringt auf jeden Fall mehr, als ihm hinterher zu fliegen. Mhm. Aber ich muss jetzt irgendwie weg, weil ich habe genau zwei Herzen. Ja, dann geh. Ja, ich schwebe einfach über dir. Da kann er mich eh nicht treffen. Oder er visiert mich einfach an. Ja. Gut, dann gehe ich nach unten und wenn er kommt, gehe ich einfach. Komm doch her, du Arsch. Ich schwebe einfach. Das war's für heute. Ich hab einfach ein Herz. Und kommst genau in dem Moment, wo der Angriffflogen kommt hier hin. Ja, genau in dem Moment. Nee, nicht home. Jo, geil. Und der hat dein Graben zerstört. Ich sammle mal eben deinen Scheiß auf. Ja, ich hatte nicht will dabei. Nö. Ich bin jetzt auch noch zu dumm zum Teleporten. Okay, also mit einem Skelett habe ich gerade mit dem Atomic Disassembler auf einen Schlag. Da, und... Wenn du mir mal einen Jetpick bringen kannst, kann ich meinen Scheiß abholen. Ich muss gerade... Oder, warte, 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 warte. So, wo ist mein Scheiß? Ich versuche gerade ein wenig... Einfach nur ein wenig wegzurennen. Und zu recken dabei. Weil ich gerade nämlich nur noch ein halbes Herz hatte. Ja, gut. Sag mal, ich guck gerade auf... Auf der Karte, wo du bist. Ah. Ah. Okay, du wurdest überdeckt von allen anderen. Schnell, Jetpack. Und genau. Zack, 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 zack. Ja, jetzt habe ich noch dein halbes Inventar dabei. Egal. Äh, echt? ich habe eigentlich nur ein paar in der lily zum beispiel deine brille obsidian bogen ja kannst du mir aus die hälfte wegschmeißen ich brauche die brille nicht ich brauche ob sie auch wobei brille ist lustig ich brauchte obsidian nicht als ob ich jetzt nicht getroffen ich konnte gerade nicht war gerade abgelenkt von einem enderman der sich hinter mich gebootet hat ich habe sechs ender lily seeds ich habe jetzt gerade mal eine komische frage was wenn ich den ender drachen abwerfen mit einer perle ich glaube das funktioniert nicht ich habe noch eine windturbine spring doch nicht immer in den tod das hat doch keinen sinn das macht ihm damage und wie viel und ich sterbe jetzt gleich weil ich gebootet werde genau krass ich habe mich gerade auf ihn fallen lassen und habe drei hits machen können ich muss mich einfach nur mit der enderperle treffen ich habe die enderperle irgendwo hingeworfen wo es mir saumäßig schaden zufügen wird es sei denn du hast ihn ins nichts geworfen das hoffe ich jetzt einfach da ist er ich habe jetzt gerade die ganze zeit endermen geräusche hier das geht mir voll auf den keks mich hat fast endermen geschützt ja das problem habe ich auch jetzt dreh doch nicht wieder ab eh hallo was soll das denn jetzt ich konnte nicht hitten weil er durch den turm geflogen ist er hat aber mich gehittet boah wo ist dieser fucking endermen komm her ich habe mir gerade ein paar enderperlen und enderlilyseeds ich habe mir gerade ein paar enderperlen und enderlilyseeds ja ich musste mal eben von meinem ort weg und ich hatte jetzt keine lust bis zu dir rüber zu fliegen zwei hits toll hier liegt noch der hammer ich habe schon mal meinen hammer weggeworfen ach nee geht mir doch nicht auf den keks ihr scheiß endermänner boah ich habe elf enderlilyseeds ey das reicht für ein riesenfeld ey der hängt ja fest was wo oh der hängt ja gerade so schön fest ey du hättest ihn so draufkloppen können lol die endermänner spawnen den drachen hinterher oder dir zwei hits ich glaube dem drachen ja dem drachen ich komme mal zu dir rüber weil zwei hits aber wir müssen gleich irgendwo mittig damit wir gute fläche haben um hier immer rein und raus zu kommen und das herz dürfen wir nicht verlieren und das Ei müssen wir mitnehmen hast du ne Fackel? äh äh ne äh 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 Okay, du bist den grad gut am klatschen. Mehr oder weniger. Ich hab mir gerade erstmal eben einen Turm relativ mittig in der Insel gebaut. Äh, nicht bekommen, schade. Das Gute ist, die Endermans können auf einem 1x1-Turm, wo ich draufstehe, nicht auch drauf spawnen. Ja, ich bin gerade alle Endermans, die auf uns sauer sind, am töten. Okay. So, jetzt ist keiner mehr auf uns sauer. Moin. Wow. Ich sehe gerade, dass ich was essen sollte. Warum verlierst du Hunger und ich nicht? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich gerannt bin zwischendurch. Zwei Hits, drei Hits, vier Hits, fünf Hits. Oh, ich hab auch noch einen hit gelandet. Oh, fast tot. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, wo wir den killen. Am besten hier, oder? Ja, ich bleib auf meinem Turm stehen. Ja, lass, komm, komm mal ein bisschen hier hin. Jetzt sind, wenn wir beide einmal treffen, dann ist er jetzt tot. Ja, ich will, dass er gut hier stirbt, weil dann kommt hier halt diese Portalien. Und wenn er hier irgendwo im Void stirbt, verlieren wir das Herz und dann können wir keine Ahnung. Oh, fuck, der war gerade direkt unter mir. Ich bin jetzt mittig. Ja, er kommt. Er kommt. Nee, er kommt nicht. Boah, dieser fuck Enderment. Jetzt kommt er. Er kommt, er kommt, er kommt. Nein, ich hab ihn nicht töten können. Ich hab meine Waffe weggeschmissen. Nein, als ob. Ein Hit. Ich hab nur noch ein Hit gebraucht. Das gibt's doch nicht. Komm her. Komm her. Put, 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 put. Ja, komm. Komm, hier ist Rischfleisch. Rischfleisch. Komm. Ja, so schön. Hä? What the fuck? Oh, Entschuldigung. Das war ich jetzt. Alles gut. Alter, ich hab jetzt gerade einen Hit noch geleitet. Ja, ich hab. Ah. Das gibt's nicht. Ey, der kann... Der verarscht uns. Ja. Pass mal auf. Gleich fliegt er zu einem Turm, wo er sich aufladen kann. Einer, den wir vergessen haben. Äh. Ey, dann ist es bei mir hier vorbei. Ich dachte gerade, ich hätte einen Mini-Enderman gefunden. So, ich kann ihn töten. Und ich kann ihn jetzt töten. Er ist da. Das kannst du nicht aufsammeln. Das droppt. Oder? Äh. Ich hab's. Und jetzt das Draconium. Schnell. Ja. War eben hier. Wie viel Draconium hab ich? Eins, Dick. What the fuck? Hast du das Herz? Bitte sag mir, dass du das Herz hast. Ja, ich hab das Herz. Hast du ne Fackel? Nee, hab ich nicht. Äh. Oh, ich hab auch noch vier Draconium-Gut-Dust. So, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge, Komma hier. Äh, was ist denn mit dem Ei jetzt? Ja, das holen wir gleich. Das willst du gleich, äh, okay. Ja, wir gehen erstmal einmal zurück, dann laden wir uns ab, alles. Ja, dann kommen wir mal bei ihr Brotan. Bis wir auch nochmal einen Digital Meiner bauen. Würde ich sagen, oder? Ja, nein, es ist kein Auf und Sauber. Solange wir keinen angucken jetzt, ist alles gut. Ja, wenn du dich aber von außen anguckst, siehst du nicht, ob du einen anguckst. In der Regel kommt vom Mensch näher. So, liebe Leute, wenn's euch gefallen hat, die Folge ging jetzt eigentlich 30 Minuten. Ich denke, ich werd's geschnitten haben. Ich weiß nicht, wie das bei Phoenix aussieht. Wenn's euch gefallen hat, dann... Ja. Like, Abo, das Übliche. Bis zur nächsten Folge. Ciao. 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 Ciao.